Da wären wir auch schon. Das hier ist das wunderschöne Lilly. Und genau hier wird auch der Schutzpatron von Mele Mele Kapuriki von allen verjährt. Und damit herzlich willkommen. Seid gegrüßt, meine Lieben, Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggnodem zum bereits zweiten Part von Pokémon Sonne auf Zwergenfürst.lp. Aloha, sag ich nur. Und los geht's in den zweiten Part. Na nun, ich hatte doch gesagt, dass wir uns alle hier treffen. Vielleicht wartet er weiter hinten beim Mahalo-Bergfahrt. Aber hallo, dort befindet sich nämlich die Ruine des Schutzpatrons Kapuriki. Zwergenfürst, bist du so gut und gehst den Inselkönig suchen? Na klar, immer doch. Ich geh gerne mal den Inselkönig suchen. Ich bin ja auch jetzt nicht der Neue. Ach, darauf zu reden. Mach's einfach. Bleibe sicherheitshalber hier, damit wir uns nicht verpassen. Der Inselkönig sieht genau so aus, wie man sich ihn vorstellt. Wie der König der Insel hat. Okay, ich habe hier gleich eine Mission. Suche den Inselkönig. Dann suche ich den mal. Na, das ist bestimmt nicht der Inselkönig. Was ist los mit dir? Warum wirst du so drehend zu den Ruinen? Okay, ich habe so den Verdacht, dass diese Figur noch in der Zukunft dieses, dieser Let's Play Reihe noch eine große Rolle spielen wird. Und deshalb folgen wir die ihr mal. Vielleicht weißt ihr, wo der Inselkönig ist. Und das sieht doch schon sehr nah an einem Tempel aus. Und ich wette, da wird auch der Tempel sein. Auf geht's. Auf geht's. Nein. Wo wirst du hin? Uha. Wenn das nicht Habitats sind. Ist alles okay mit dir? Ich brauche deine Hilfe. Willkchen ist in Gefahr. Diese Habitats greifen Wölkchen an. Aber ich habe zu große Höhenangst, um ihm zu helfen. Mir schlottern richtig die Knie. Zum Glück habe ich ja keine Höhenangst. Eine schöne, wackelige Brücke. Und wie bitte soll ich das jetzt retten? Wahrscheinlich so. Was geht denn da? Was geht denn da? Was geht denn da? was für ein glück was hältst du wieder deine kraft eingesetzt du weißt doch dass du das nicht so ist dass du dich nicht mehr wie sehr dich das beim letzten mal geschwächt hat ich möchte dass das nicht wieder mit ansehen müssen aber eigentlich müsste ich mich wohl bei dir entschuldigen damals hast du deine kraft nur eingesetzt um mich zu beschützen jetzt wäre ich an der reihe gewesen dich zu beschützen aber ich war für dich hilflos was hast du ein kletzender stein es fühlt sich ganz warm an entschuldige ich kann dir gar nicht sagen wie dankbar ich bin dir bin du hast uns sehr geholfen wer bist denn du eigentlich darf ich das ganz direkt mal fragen dieser stein er gehört dir oder du erhältst das item glitzer stein glitzer stein wurde in der basis item stasche verstaut bitte verrate niemandem etwas von welchen du würdest mir einen großen gefallen tun wenn du es für dich behalten könntest komm geh bitte wieder zurück in die tasche also ich möchte nicht dass wirklich noch einmal etwas zu stößt tut mir leid dass ich dich so über freunde aber könntest du uns wohl zum dorfplatz begleiten da komme ich zwar gerade her aber gut gehen wir jetzt wieder zurück die hat mir immer noch gar nicht gesagt wer sie überhaupt ist aber ich fühle mich jetzt mal nicht beleidigt ich zwernfürst den inselkönig hast du nicht gefunden wie es aussie ist aber dafür hast du schon meine assistenten kennengelernt schön wo hat der meine schöne assistenten ich stelle euch einander aber gerne auch noch richtig vor also das hier ist meine assistenten wie ja mein name ist lilly das ist der zwernfürst er ist ganz frisch nach anuar gezogen um genau zu sein ist er gestern in den ersten jahren gekommen wäre schon wenn du ihm das ein oder andere zeigen könntest du du bist also ein bekannter vom professor kuckui freut mich dich kennenzulernen schaut nur halla unser inselkönig ist zurück der mann der von schutzpatronen aus erwählt wurde ist er ist in ganz anuar für seine tätigkeit als bookman trainer bekannt was ist hier los habe ich irgendetwas verpasst hanna wo haben sie denn los gesteckt ich bin meinen pflichten als inselkönig nachgekommen wenn es irgendwo auf melle melle probleme gibt es ist meine aufgabe sie zu lösen ich habe auf dem weg hierher kapu riki am himmel gesehen habe es hier irgendwelche vorfalle während ich fort war ja ich wollte ihnen gerade davon erzählen halla mein kleiner freund wurde auf der hängebrücke von einigen habitat angegriffen doch dieser junge hier ist ihm zu hilfe gehalten aber dann ist das die hängebrücke plötzlich mit beiden drauf eingebrochen um ein haar wäre sie in die tiefe gestürzt doch der schutzpatron hat sie gerettet wow unglaublich hut ab kapu riki ist zwar dem namen nach und der schutzpatron aber es hilft nicht jedem du musst ein herz bewegt haben kuckoo dieser junge mann hat viel mut und fürsorge bewiesen das muss belohnt werden zum dank bekommt er sein erstes eigenes pokémon von mir im gegenzug würde ich mir wünschen dass er den fahrt eines pokémon trainers einschlägt darf ich mich vorstellen ich bin halla der inselkönig von melde melde willkommen in der aloha region kokoi hat mir schon von deinem abenteuer erzählt es freut mich dich kennen zu lernen kommt meine kleinen pokémon ihr wollt ihnen sicher auch willkommen heißen wir hätten hier zuerst bauts ein pokémon vom typ pflanze als nächstes darf ich dir ein flammeau vorstellen ein pokémon vom team feuer und zu guter letzt hätten wir noch hier ein pokémon vom typ wasser welches pokémon wirst du ja ich wusste dass der zeit der entscheidung kommt der zeitpunkt der entscheidung die zeit der entscheidung kommt das ist eine sehr sehr schwere entscheidung ich habe sehr sehr lange überlegt alle pro und kontra argumente gegeneinander abgewogen und ich glaube das einzige pokémon was ich nehmen will ist das feuer pokémon von flammeau ja also bauts war auch ein kandidat habe ich sehr mit mir gerungen zwischen flammeau und bauts mit robball kann ich persönlich irgendwie nichts anfangen nehmt mir ist nicht übel aber an alle robball fans ich bin ein feuer pokémon trainer mit ganzem herzen und ich muss einfach das pokémon feuer pokémon nehmen ich ich habe in pokémon diamant panferno genommen ich habe in pokémon was weiß ich habe immer das pokémon genommen das vom typ feuer war fällst deine wahl auf das feuer pokémon auf flammeau ja ich will du hast dich für flammeau entschieden ja ich ich bin einfach der typ feuer das ist einfach seit ich pokémon kenne so und wird auch glaube ich so bleiben für die nächsten jahrzehnte es handelt sich allerdings erst um eine wahre partnerschaft wenn der partner den du dir ausgesucht hast auch dich auserwählt ach so kann es sein dass die jetzt sagt nö da bin ich aber mal gespannt dann wollen wir mal sehen ob flammeau dich als partner anerkennt komm zu mama komm zu mami braves kätzchen kätzchen komm zu mami flammeau schau dich schau dich prügt für uns an wunderschönen naja ja das sieht ja dann auch aus Du hebst Flammejau lebevoll hoch! Miau! Ich hab'ne eine Katze! Eine Feuerkatze! Wollte schon mal eine Feuerkatze haben! Das Feuerprogramme Flammejau zuckt mit der Nase! Flammejau hat dich als Partner akzeptiert! Jetzt wo ihr euch gegenseitig auserwählt habt, seid ihr zwei für immer Freunde! Ich und Katzen! Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich Katzen liebe! Möchtest du dem Flammejau einen Spitznamen geben? Ja! Das gehört mit zur Wettblocke, die ich demnächst erklären werde! Nein, mit der nächsten Part! Falls ihr es jetzt schon haben wollt, Videobeschreibung, dort steht sie! Mal wieder verlinkt! Verlinkt nicht, aber geschrieben! Wie werde ich das Flammejau nennen? Hm! Ich bin ja ein Freund von englischen und britischen Namen! Deshalb denke ich, ist dieser Name perfekt! John! John ist ein richtig guter Name! Für diese Katze! Ich nenne diese Katze John! John wurde in dein Team aufgenommen! Schreibt sie mal berühmte Leute mit dem Namen John in die Kommentare! Es gibt einige Filmcharaktere! Ein kleiner Tipp! Flammejau! Also... Ja? Warum bist du schon wieder so zappelig? Solange Hala und der Professor in der Nähe sind, bist du sicher! Irgendwas... 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 Hat die verfressen! Das sage ich euch! Da ist doch irgendwas faul! Die kriegen auch großen Ärger im Vorlauf des Spiels! Sonst habe ich so ein Gefühl! Aber das ist nur eine Ausnahme! Du musst immer brav in der Tasche bleiben! Ja? Hast du verstanden? Ich denke, du hast eine gute Wahl getroffen! Bitte pass immer auf dein Pokémon auf! Klasse, Zwergenfürst! Aber heute kannst du dich Trainer nennen! Ab heute bist du ein wahrer Pokémon Trainer! Und zu diesem Anlass bekommst du von mir ein kleines Geschenk! Du erhältst den Pokédex! Der Pokédex ist ein ausgeklügeltes Gerät, das automatische Erträge für alle Pokémon erstellt, die du auf deiner Reise treffst! Dein neuer Partner Flammejau wurde bestimmt auch schon registriert! Wirf ruhig mal einen Blick darauf! Und dann habe ich dir noch einen Trainer Pass für dich vorbereitet! Aber ich würde sagen, du solltest schnell nach Hause gehen! Und deiner Mutter deinen neuen Begleiter vorstellen! Meinst du nicht? Die wird davon bestimmt ganz erfreut sein! Dann machen wir das mal! Wir begeben uns auf den Weg zu meiner Mutter! Wir wissen ja wo es lang geht! Hier entlang! Oha! Da erscheint ein neuer Charakter! Hey du! Hast du nicht Lust auf einen Pokémon-Kampf? Owhohohoh, nicht so vorherrig! Bevor man jemanden zum Pokémon-Kampf herausfordert, sollte man sich vorstellen. Hahaha, das habe ich doch gedacht vergessen. Ja, also ich bin Tadi, denke vom Inselkönig Haller. Du kennst mich bestimmt schon aus der Demo-Version, die hast du ja gezockt, oder? Mein Partner Pokémon Boats. Mensch, dein Flammy-Hau sieht aber auch total cool aus. Danke, danke sehr. Ja, ist ein schönes Flammy-Hau. Freue ich mich auch schon drüber. Wie gesagt, wir müssen unbedingt endlich gegeneinander kämpfen. Ehrlich gesagt, habe ich dich ja schon immer gesucht, weil ich einfach nicht mehr warten konnte. Seit der Demo-Version bin ich auch sehr gespannt auf dich, wie du nun so wirklich. Tickst. Ich schaue mir kämpfen nur so sehr ungern an. Ich mag es einfach nicht, mit anzusehen, wenn Pokémon sich verletzen. Aber ich werde dich anfeuern. Hui, das wäre dann dein erster Pokémon-Kampf. Ganz schön aufregend. Naja, mein erster Pokémon-Kampf ist jetzt nicht direkt, aber mein erster Pokémon-Kampf in Alua. Ich hoffe, du nimmst die Herausforderung meines Enkels an. Wenn ihr beide euer Bestes gebt, könnte das wahrscheinlich ein fesselndes Duell werden. Gut, dann auf in den Kampf. Komm, sag schon ja. Der Sieg wird wahr sein. Der Sieg wird mein sein. So war ich. Zwergenfürst heiße. Spitze. Oh, das wird großartig. Alles klar. Auf in den Kampf. Los geht's. Pokémon Trainer Tali fordert dich heraus. Pokémon Trainer Tali setzt Bautz ein. Hui. Jetzt Pokémon, was ich alternativ genommen hätte. Kratzer an Bautz ist mein E-Link. Gut. Was soll John tun? Ihr setzt gleich mal die Atten rein, die wir sofort am Start haben. Die wir uns nicht erst noch erkämpfen müssen. Sondern sofort haben Glut. In anderen Spielen muss dann wieder mit Kratzer auskommen. Und das Feuer-Pokémon muss nicht erst das Glut erkämpfen. Aber hier ist es vorhanden. Und hier wird man sagen, Glut auf das Bautz. Auf einen Pflanzen-Pokémon. Wenn das nicht ein leichter Kampf ist, dann weiß ich auch nicht. John erreicht Level 6. Pokémon Trainer Tali wurde besiegt. Oh. Wow. Zwergenfürst gewinnt 100 Pukedonner und geht sicherlich aus diesem ersten Kampf in Ador hervor. Wow. Du hast es echt drauf, Zwergenfürst. Das war doch dein Name, oder? Der Flammejau ist schon so cool. Alles klar. Morgen beim Fest gebe ich alles. Bing. Na du, Zwergenfürst. Dürfte ich den Glitzerstein, den du da hast, mal kurz sehen. Oha. Das ist ja ein. Opi, dieser Stein ist da etwa... Sag mal, Zwergenfürst. Kapuriki hat dich gerettet, richtig? Ja, das stimmt. Er hat mich gerettet. Ich verstehe. Du wurdest also nicht nur gerettet, sondern hast auch den Stein hier erhalten. Ich habe das Gefühl, es war Schicksal, dass du nach Ador gekommen bist, Zwergenfürst. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich den Stein für eine Weile an mich nehmen. Keine Sorge, du bekommst ihn gleich morgen wieder zurück. Du hast eindeutig Talent als Trainer. Deshalb würde ich dir dringend ans Herz legen, morgen an unserem Fest teilzunehmen. So, Zwergenfürst, seid Zeit zurückzugehen. Ich begleite dich noch bis nach Hause. Lilly, du kommst am besten auch mit. Und wir wollen schließlich nicht, dass dein kleiner Schützling in Schwierigkeiten gerät. Da haben Sie recht, Professor. Ich werde gut auf Wölkchen aufpassen. Hast du vergessen, was ich dir gesagt habe? Du sollst auch in die Tasche bleiben. Hast du vermischt?